Sag ich lecker, sag doch einfach, es schmeckt gut. Sag ich lecker, bei mir ist es nicht schnell schmeckt hart gut. Sag ich lecker, sag doch, es schmeckt wunderbar. Sag exzellent, erlesen, delikat und deliziös. Sag schmackhaft und wohlschmeckend, aber was macht dich nervös? Sag ich lecker, na 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 na. Du nennst es Güte und ich sag Sackle. Du sagst ein Weil, dann sag ich Hacke. Dein Dussel ist für mich ein Dödel und du ist Klösser. Da ist ich Tiroler Knödel. Du bist Schnitzel mit Tunke. Ja, so unterschiedlich sei halt die Geschmäcker. Also gut, tu wie du meinst. Aber bitte sag nicht lecker, nicht lecker. Sag ich lecker, sag der Haar von Geschmäcker, sag ich lecker.